Und so, er ist tot und er hat die Rüstung getroppt, er hat die Rüstung getroppt, nice, 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 nice Heyo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft die Gefährten Und ich hab's gerade, wie ihr hier dem Chat entnehmen könnt Geschafft das hier zu pairen Ich muss nämlich den Obelisk mit dem Stein da oben, das hab ich nicht gewusst Pairen und jetzt muss ich anscheinend das Teil darunter machen So Und jetzt Oh, es hat funktioniert Jetzt steht da was anderes Okay Okay, jetzt pairen wir das wieder zurück Geht das? Geht das mit eben pairen Warte mal Schade, okay Jetzt müssen wir dann ein anderes Mal testen So Ich muss eine weiße Rune da reinwerfen Habe ich denn gerade weißen Farbstoff? Nein Ähm, dazu muss ich mal einfach ganz kurz wieder das da holen So, so, so Okay, wunderbar Mein Gott, dass das so gut funktioniert hat Übrigens, danke an den Kronos Und äh, also der Kronos hat mir das in Skype geschrieben Wie das funktioniert Und viele, viele andere in die Kommentare Und da, das hat mich glücklich gemacht Dass so viele Bescheid wussten Hallo Warum beteiligen sich nicht so mega viele immer? Das finde ich mega schade Hallo So Okay Nochmal eine weiße Rune Alles klar So Fertig Ich habe nur eins rausgeholt Dass ich zwei weiße Rune brauche Oh Mensch Das habe ich total vergessen So Zack Zack Und dann machen wir Zack Und nochmal Zack So Und noch eine weiße Rune Und die Batschen war auch da voll rein So Jetzt eine Feder Fuck man Jetzt brauchen wir nochmal eine Feder Eine stinknormale Feder von einem Hühnchen Oh, da haben wir tatsächlich einer So, so, so Okay, wunderbar Mensch Jetzt, äh Der Anfang der Folge hier geht ja richtig rasant los Und äh Wir brauchen nochmal das da So Zack Und zack Und wir haben den Zauber Wie, wie hieß der nochmal? Wie habe ich den nochmal genannt? Ähm Sparecipe Oh, den habe Wie, wie, wie nenne ich den Zauber denn? Ähm Der Pass auf Ich brauche da einen ultimativen Zauber Auf jeden Fall Das Bild soll mal das da sein So Der Das, ähm Slow Äh, äh Ne, warte mal Äh, kleiden Warte mal Ich suche mir da jetzt ein lateinischer Begriff So Ähm Und google Lateinübersetzer So Okay Und da gehen wir jetzt ein Pass auf Deutsch, Deutsch, Deutsch Äh, Deutsch Kleiten Kleiten Ah Multimodo Ad Lapsu So, das nennen wir auch so Multi Wart halt Äh Nein, fuck So Oh, ich Aha Kleiten So Okay Der Zauber heißt Multimodo Ad Lapsu So, okay Äh Ist jetzt halt einfach so Okay Okay Wir testen jetzt einfach mal ganz kurz Erst dann noch was essen nebenbei Om nom 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 Und om nom 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 So, das wäre jetzt einfach ultimativ so Achte hoch und hoch Ich will das, ich will das wirklich jetzt hier mal testen So Hoch, ähm Wow Und ich kann hoch springen damit Yo Mega nice Wie lange hebt denn der Effekt Alter, 30 Sekunden Mega nice Wir haben einen richtig coolen Zauber Oh, hui Huiii Huiii Hihii Ja Ich feier das 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 Tschuuu Und Tschuuu 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 Hiyu Nie wieder, Leute Muss ich mich irgendwie nach unten bauen Oh, da wächst das Spanish Moss Oh, was ich für Witchery irgendwann mal brauche So Huiii Okay, es ist der Zauber zu Ende Wir packen den hier natürlich ins Spad Recipe Warte mal, den da brauchen wir nicht Den machen wir mal nach da unten Das Licht machen wir auch nach da unten Hier oben sind die Schadenszauber Gut, der macht jetzt nicht wirklich Schaden Der kostet auch voll viel Mana Der hier kostet nicht viel Mana Der auch nicht Äh, das geht so Okay Okay, cool Das, äh, freut mich jetzt richtig Muss ich sagen So, dann will ich jetzt noch Ich würde gerne, äh, eine kleine Runde Sag ich mal, äh, farmen So Aber warte, wir können das auch einfach da unten reinpacken Ich würde nämlich gerne nochmal, ähm, die Bosse töten Und ich habe eine gute Nachricht, Leute Es wird höchstwahrscheinlich am Wochenende endlich mal wieder ins Stream kommen Ich habe nämlich Zeit Wieder Ich war ja das Wochenende davor War ich mit meiner Freundin unterwegs Dann das Wochenende Jetzt dann da War ich in Bremen Dann, äh, war ich mal hier Dann war ich mal Oh, warte Der muss da in die Mitte So, zack, zack Und zack Und halt Halt Och, Mann So, okay, da ist er Der Freund So Und warte mal F3 und B So, jetzt ist die Hitbox an Jo, jo Jo, jo Alter Und Och, Mann Beweg dich doch nicht Ich habe jetzt mal Ja Jawohl Getroffen Okay, das ist gut Das ist immer gut Hä, was ist das da für ein Otto Nice, der greift da irgend so einen Magier an Hä Was, der macht dem auch Schaden Hä Was geht da gerade ab Was ist das da Was war das für einer Hä Ist der auf meiner Seite Aua Nein Fuck, 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 fuck Och F3 und B Nerv Wir kriegen das auch so hin Aber habt ihr das gesehen Und Immer auf das untere ziehen Jo Pam Oh Gott Ich muss aufpassen Nicht, dass er mich in die Schlucht da unten stößt So Komm mal her, mein Freund Oh Ich muss mein Mana aufladen So Na egal Das kriegen wir schon hin So Okay, warte Und Pam So Ey, mega gut So Dann macht er Er macht mir kein bisschen Schaden Das finde ich einfach gut So Okay, Mana bitte aufladen Und Oh, oh Warten, warten, warten Bis er kommt Komm doch bitte her Hä, was machst du Mein Freund Ja Getroffene Machen wir hier Und Und so Komm Huch Stell mich wieder hier hin Und Komm bitte her Der macht mir so gut wie keinen Schaden Der ist einfach schlecht, der Boss So Weil ich bin gut Oh Mann Huch Und Pam So Wieder Schaden gemacht Der ist gleich tot Voll gut Soll es mal herkommen Ach, der steckt in dem Loch Ja, das ist auch gut Und So Er ist tot Und er hat die Rüstung getroppt Er hat die Rüstung getroppt Nice, 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 nice Nice, nice, nice Sau geil So Weiß allerdings nicht, was die Rüstung mir so mega gut bringen soll Das Teil hier Die Earth Armor Is soul bound Become a resident As the Earth Itself Was genau kann diese Armor Ich meine Ich kann sie anziehen Kein Ding Oh Aber Wofür habe ich dann die Battle Armor Also Ich weiß es jetzt gerade nicht Ähm Was In Inwiefern Hilft mir diese Ähm Wisst ihr was ich meine Inwiefern Hilft mir diese Chestblade Hat die nochmal Ein special Dings Bums Äh Ich lasse sie jetzt mal ein bisschen an Und hoffe dass sie ein bisschen was kann So Wir gehen nach oben Und vergeben unseren Skillpoint Wir haben nämlich einen blauen dazugekriegt Und da gehen wir hin zu Defense Wir haben einmal das Jetzt Regeneration Oder soll ich Haste Oder Slow Was kommt nach Haste Kommt Swift Ah Was könnte ich da noch alles erfolgen Flight Interessante Sache hier Aber ich bin für Regeneration Und dann gucken wir einfach nach Äh Heal zaubern vielleicht Oder Was meint ihr Ich meine Äh Wir haben noch Zeit Erledigen wir einfach nochmal so einen Erdboss Habe ich jetzt einfach Lust dazu Äh Und dann haben wir nochmal einen Punkt Und dann können wir vielleicht Heal erforschen Das ist auch Äh Richtig coole Sache hier So Achtung So Und So Und Pam Okay ich bin Level 15 Da habe ich keinen Skillpoint dazu bekommen Glaube ich Ich bekomme den nur dazu Ähm Bei Bei Ähm Oh Halt so Hallo Nein So Okay Okay Trocken war das ganze hier rein So Ähm Zack Zack Und zack So Da ist er mein Kollege Und Kapp Pounds Und Kapp Pounds Und Kapp Pounds Lol Das hat ihm jetzt keinen Schaden gemacht Ah doch Und Pam Und Pam Und Pam Alter wie das abgeht So Okay jetzt ist er mittlerweile einfach Alter Guck mal Der schlägt mich und ich bekomme keinen Schaden Was für eine geile Rüstung Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott ich kann hier mein Leben chillen Und er macht mir keinen Schaden Wie geil Das ist ja besser als die Die Magie Rüstung Da Holy shit Okay jetzt Alter aber Gut Was ich jetzt gerade Glaube Diese hier Ach die lädt sich mit dem Mana wieder auf Deswegen Regeneriert mein Mana gerade nicht Jetzt machen wir das mal kurz weg Und tausche es mal aus Jetzt regeneriert mein Mana wieder Also ich darf die nicht dauerhaft anhaben Sozusagen Wo ist der jetzt hin Hä Wo ist der jetzt hin Leute ich habe schon wieder einen Boss verloren Dein Ernst Ach da Hallöchen mein Freund Wie geil ist das denn Oh Mann jetzt habe ich ihn nicht getroffen Verdammt Mana verschwendet umsonst So komm her So Jawohl Komm her einfach Bitte Verpiss dich nicht im Wasser Komm zu mir Und Pam So getroffen Und Pam Er ist tot Und er hat einfach nochmal die Rüstung getroppt Was läuft hier Zweimal die Erdarmor Geile Scheiße ne Würde ich jetzt einfach mal behaupten So Und nochmal ein blauer Skillpoint Sehr schön Nice Ja scheiße So Geben wir das ganze doch wieder aus Okay dann muss ich jetzt gucken Ob ich vielleicht den Ähm Air Mage Äh Air Mage Was labere ich den Äh Air Ähm Guardian nochmal beschwöre Irgendwie Holy shit Leute Wir haben echt gerade krasse Dinge Okay wir heal So und jetzt will ich dann den heal Zauber erlernen Wie geil ist das denn Alter Mega produktive Folge So Das da packen wir rein Das da Wie ein Thema Das behalte ich erstmal Huch Jetzt hätte ich fast Schluck aufbekommen So Ähm Das kommt eigentlich alles dann hier rein So Zack Die kann ich ja max oder so geben Ich mein wenn der die braucht Gut äh Voll gut Leute Voll voll gut Voll mega gut So das packen wir auch mal da rein Jetzt muss ich ein Buch äh Wieder bekommen Da holen wir einfach mal hier kurz Nen Inksack Ich will jetzt den Den Heilzauber erlernen So Inksack Dann brauch ich noch Eben ein Buch Äh Habe ich keine Bücher mehr irgendwo Ähm Schade Keine Bücher mehr Doch da Noch zwei Stück Gut Ja gut Falls die uns halt ausgehen sollen Wir bedienen uns wieder in der Bücherei So Okay Gehen wir erstmal hin Machen Pam Pam Und Pam So zack Und gehen hin Und hauen das hier rein So Und wir wollen self Und wir wollen Pass auf Heal Und Regeneration reinpacken Und das ganze ist der Warte mal Da gucken wir auch einfach auf Latein Ähm Heilen Was heißt das? Okay Dann heißt der Zauber jetzt Curationum So Also wir benutzen jetzt einfach lateinische Wörter Weil ich da einfach gerade Lust drauf habe So Das wäre dann der Zauber Voll gut Alter Wie ich das feiere Wie ich das Ich feiere das so extrem Das glaubt ihr mir nicht So Einmal hier Zack Und einmal Zack So was muss erst da rein? Die Rune Richtig Ja fuck Die habe ich oben abgelegt Aber zweimal die Weißt du Davor besiege ich dreimal Diesen Boss Und es passiert nichts Aber dann besiege ich ihn in der nächsten Folge zweimal Und es passiert was Oh jetzt brauche ich nochmal Aum Also so wie es aussieht Brauche ich Aum eben für Äh Heilzauber Also selfzauber So wie ich das jetzt hier gerade ein bisschen Äh Gelirnt habe So Ähm Jetzt brauche ich Winterium Dust Okay Da habe ich zum Glück noch eins Oh da muss ich mich auf die Farm begeben Dann bald So Oh 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 So Und zack Und jetzt brauche ich nochmal Ach fuck Wie heißt das Teil nochmal? Fokus Da brauche ich Gold Nuggets und Glas Okay Glas habe ich jetzt gerade nicht irgendwo Oh ne Okay Dann muss ich kurz Glas machen So Gehen wir einfach nochmal zurück Wir könnten nochmal den Den äh Wasser Boss da machen Wäre doch auch Witzig Nochmal Den leichtesten Boss nochmal zu machen Hm Wer weiß ne Vielleicht one hitten wir den Oh Okay Packen wir das hier rein So Einmal zack Und äh Ja Dann enden wir Dann enden wir Dann wird die Folge auch schon Bald Beendet Ich will jetzt allerdings noch kurz was gucken Ob meine Kollegen hier Wieder neue Quests freigeschalten haben So Arcane Open Ne 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 Der Thomaser kann ja nichts machen Dem sein PC ist Am Arsch Dann hier unten Quest Schorne Open Da hab ich schon alles entgegengenommen Dann brauch ich Essenz Okay Ist das Teil hier leer Muss ich das jetzt Hä Wann nochmal Zack Und zack The source No Doesn't provide any times of power Okay Dann muss ich da Windum Dust reinmachen Weil das Liquid irgendwie nicht funktioniert Hm Seltsam Es hat doch vorhin funktioniert Warte mal So Warum verbrennt er das nicht Also irgendwie scheint es zu funktionieren Aber irgendwie auch nicht Okay schade Dann muss ich Windum Dust benutzen Äh gut Dann würde ich sagen War's das mit der Folge Daumen hoch Für diese produktive Folge Bis zum nächsten Mal Euer Basti Zockt Und Tschüss Bis zum nächsten Mal